Ich denke, das ist wirklich ein Markt der Zukunft. Heute wird viel über das Internet bestellt. Der Weihnachtsbaum ist neu. Es wissen die Leute noch nicht, dass man einen Weihnachtsbaum bestellen kann. Wir säen diesen Baum wirklich nur nach Bestellung. Nächstes Jahr pflanzen wir neue Bäume. Es ist nachhaltig. Untertitelung von ZDF, 2020 People care about where their tree is coming from, so we provide a lot of transparency as well. You select the farmer actually that you're choosing to buy from, and so yeah, it's a lot more environmentally friendly. All right. All right. All right.